Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiter und liebe Bewohner, Vor einem Jahr hatte noch keiner gedacht, vor welchen Herausforderungen uns das Jahr 2020 stellen würde. Corona hat vieles auf den Kopf gestellt und uns fast täglich vor neue Aufgaben und Herausforderungen gestellt. Gemeinsam miteinander und füreinander haben wir bisher viele Herausforderungen gemeistert und das Beste aus der Situation gemacht. Ich möchte euch persönlich Danke sagen in dieser schwierigen Zeit. Danke für euren Einsatz auf der Arbeit. Danke für eure Geduld und euer Verständnis. Danke für euer Vertrauen und eure Unterstützung. Danke für den Zusammenhalt. Das hilft und trägt jeden Tag. Was heißt für mich hilft und trägt jeden Tag? Ich glaube, dass ich die letzten Wochen Monate durch die Krise vielleicht so beschreiben kann. Zwei Kollegen laufen gemeinsam miteinander los und sie schauen zurück und sie sehen zwei Spuren im Sand. Sie laufen weiter und sie schauen zurück und sie sehen im Sand nur eine Spur. In diesen schwierigen Zeiten hat einmal der Kollege den anderen getragen und beim nächsten Mal hat der andere den Kollegen getragen. Ich glaube, das ist das, was wir auch gemeinsam mitnehmen können. Ich bin mir ganz sicher, dass wir so gut durch die Krise kommen und ich bin sehr dankbar, dass ich hier dieses gemeinsam im Unternehmensverbund Mainfränkische von allen meinen Kolleginnen und Kollegen erfahren durfte. Nun steht Weihnachten bevor. In diesem Jahr wird es anders werden, als wir es uns vorgestellt haben. Gerne hätte ich wieder gemeinsam mit euch bei unseren traditionellen Weihnachtsfeiern zusammen gegessen, gelacht und geredet. Doch leider war das in diesem Jahr nicht möglich. Denn unser aller Schutz ist das Wichtigste. Vielleicht ist auch das Weihnachten, wenn wir alles andere wegdenken. Da kommt ein Kind auf die Welt, das gemeinsam mit uns und unseren Familien, Freunden und Kollegen durch diese Welt geht. Mit Höhen und Tiefen. Und zum Schluss schauen wir zurück und wir sehen, es gibt nur eine Spur im Sand. Das Kind hat uns getragen. Ich wünsche euch, dass ihr Zeit findet, euch zu erholen und neue Kraft zu tanken. Genießt die ruhige Zeit, wo es geht, mit euren Familien und euren Lieben. Und lasst gemeinsam die Seele baumeln. In diesem Sinne wünsche ich uns für das kommende Weihnachtsfest und für das Jahr 2021 Mut, Zuversicht und Zusammenhalt. Seien wir gemeinsam füreinander da. Ein besonderer Dank gilt auch allen Kolleginnen und Kollegen, die über die Weihnachtsfeiertage und das neue Jahr für uns da sind. Ob im Krisenstab für unsere Mitarbeiter mit ihren Familien, ob im Wohnheim für unsere Bewohner oder auch im Tegut, damit wir Lebensmittel und andere Dinge haben in dieser Zeit. Vielen Dank für euer Engagement im Unternehmensverbund Mainfränkische. Nun bleibt mir nur, euch allen und euren Familien von Herzen ein ruhiges, frohes und gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen. Kommt gut ins neue Jahr und vor allem bleibt gesund. Wir von der gesamten Führungsmannschaft freuen uns sehr auf euch im neuen Jahr 2021. Sprechern